Im heutigen Video soll es einmal um meine Februar-Performance 2020 gehen. Wir schauen uns einmal gemeinsam das Blutbad an, was die Börsen angerichtet haben in meinem Depot. Und ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lang. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Ja, willkommen zurück auf meinem Kanal. Im heutigen Video möchte ich euch einmal meine Februar-Performance zeigen. Depotaufteilungen, Dividenden, Zinsen, natürlich Performance. Was lief gut, was lief schlecht. Gucken wir uns alles einmal an. Vorab fangen wir an mit der Depotaufteilung. Wie immer, nach wie vor ist bei mir Amazon auf Platz 1, dicht gefolgt im Moment von TUI. Da habe ich ja gestern einen Nachkauf getätigt. Da habe ich insgesamt drei Aktien gekauft. Da habe ich auch ein Video zu gemacht. Das verlinke ich mal da oben in der Ecke. Das kannst du dir auch gerne nochmal anschauen. Deswegen ist TUI jetzt hier ganz frisch meine neue Nummer 2, Wirecard. Und dann wird es etwas kleiner. Hier Walt Disney, auch gestern neu dazugekommen. Und ja, Visa auch neu dabei. Diese Aktien sind neu dazugekommen. Und so sieht aktuell meine Depotaufteilung aus. Ich denke mal, das könnte man, kann man ganz gut erkennen. Ich mache mal ganz kurz die Kamera aus. Kein Wert, über 10% ist schon mal gut. Und so ein paar Werte, die sich so ein bisschen langsam hier so aufbauen. Ich denke mal, von der Depotaufteilung bin ich eigentlich im Moment sehr zufrieden. Natürlich hier die ganzen Sachen, das sind alles Sparpläne, die sich so nach und nach aufbauen. Und hier die Sachen, die größeren sind, sind so bis hier ungefähr einmal Käufe. Und das wird es jetzt immer noch so ein bisschen geben, sodass ich vielleicht im Schnitt mal so jede Aktie so zwischen 4 bis 6% ungefähr kommt. Mal schauen, wie das so aussehen wird. Gucken wir einmal direkt in meine Wertpapiere und gucken einmal, was gut lief und was schlecht lief. Da habe ich hier wieder so einen Reiter gemacht, das ist hier der. Und wir sehen, was gut lief, ist tatsächlich ein Wert habe ich im Plus in diesem Monat. Und das ist so Plus, die Aktie ist ja extremst zurückgekommen hier und hat jetzt aber gegen den Coronavirus tatsächlich ein Plus geschafft. Und hat auch in den letzten sieben Tagen sich irgendwie total aus der Börsenkorrektur herausgehalten und hat sogar noch 0,67% Plus gemacht. Hier seht ihr überhaupt nicht, dass gequasht ist. Und wundert mich auf jeden Fall, dieser Wert ist im Moment in diesem Monat meine beste Aktie. Ethereum ist ja eine Kryptowährung, lief in diesem Monat auch nicht schlecht. Und dann liefen, oh wunderschön, die Emerging Markets nicht ganz so tragisch schlimm. Nur minus 4,5%. Aber wenn man mal genauer hinschaut, dann sieht man, dass das auch nur der Fall war, weil hier schon eine Korrektur in den Emerging Markets drin war. Weil hier der Coronavirus natürlich schon belastet hatte im Ende Januar. Und ihr seht, dann ist es hier schon stark zurückgekommen und ging dann wieder ein bisschen nach oben. Und dann kam jetzt wieder die erneute Korrektur. Deswegen stehen die hier ganz oben. Muss man natürlich auch sich alles mal angucken. Dann so ein paar Kandidaten auch hier ganz oben, die ich eigentlich nicht erwartet hätte. Uber hier lief am Anfang des Monats noch sehr gut. Hat sich wacker geschlagen mit minus 7%. In den letzten 30 Tagen noch einer der besseren Werte. Und dann seht ihr hier, wenn wir weiter nach unten scrollen, dass es dann immer, immer schlimmer wird. Hier unten Allianz. Ich blende mal eben meine Kamera aus. Dann kann man ein bisschen besser hier rechts in der Ecke sehen, wie die Aktien zurückgekommen sind. Zack. Die Allianz, seht ihr, ist ganz gut zurückgekommen jetzt in den letzten Tagen. Eigentlich, ihr kennt das ja, ihr habt es ja sicher auch mitbekommen. Alle Aktien, die ihr jetzt wieder so seht, sind natürlich jetzt ganz gut zurückgekommen. Und hier jetzt kommen die ganz schlimmen hier unten. Walt Disney mit minus 15% schon. Die habe ich auch gestern ja nachgekauft. Shell mit minus 15%. Da habe ich auf jeden Fall den falschen Einstiegspunkt gewählt. Hier der Einstiegspunkt bei 23,64 ist natürlich jetzt auch durch den Crash zurückgekommen. Das sind natürlich Sachen, da kann man nicht immer richtig liegen und in dem Fall habe ich auf jeden Fall falsch gelegen. Genauso falsch gelegen habe ich bei meinem TUI-Kauf. Den habe ich natürlich auch hier getätigt im, was war das hier, im Anfang Februar. Danach ging es natürlich nochmal richtig von 9,54 Euro, ging es nochmal hoch bis auf 11,27 Euro und natürlich auch mit der Dividende. Und dann ging natürlich die ganze Corona-Sache wieder voll durch die Medien und natürlich hat es TUI dann auch zerrissen. Und hier, ich mache es mal eben so, hier habe ich auch gestern nachgekauft. Einen Kauf, für den ich am meisten Unverständnis geerntet habe, was aber für mich nicht unbedingt das Schlechteste ist, muss ich sagen. Denn ich glaube, genau so war der Kauf auch gemeint. Mal ein Kauf, der extrem antizyklisch ist und wenn eigentlich niemand eine Aktie haben will, wer soll sie dann noch verkaufen? Das ist so mein Gedankengang daran und dann kann es eigentlich nicht mehr so tief nach unten gehen. Denn, hoffentlich, wir werden sehen, ist auf jeden Fall mal ein Hochrisiko-Trade und dessen bin ich mir auf jeden Fall auch bewusst. Den Vogel abgeschossen hat natürlich in diesem Monat nochmal IOTA, also ganz vorne eine Kryptowährung und ganz hinten eine Kryptowährung. IOTA habe ich hier mit minus 26,8% im Depot. Das ist aber nur eine kleine Spielposition und ist überhaupt nicht tragisch. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal in Prozenten an, wie sich mein Depot verändert hat. Wir gucken einmal uns das ganze Blutbad an. In diesem Monat habe ich, das seht ihr hier unten, diese rote Zahl hier unten links. Nicht wundern, der März ist jetzt schon offen, weil wir haben es gerade 1.14 Uhr in der Nacht. Und ich habe das Video jetzt direkt aufgenommen, wo der Monat vorbei ist. Ich habe jetzt immer, ich warte immer fairerweise, bis der Monat ganz vorbei ist, weil die Kryptowährungen sich ja immer bewegen. Und dann hat man auf jeden Fall hier so einen Endpunkt. Und deswegen mache ich das jetzt relativ spät. 10,3% hat mein Depot zerrissen. Da war ich, Mitte des Monats, war ich tatsächlich hier, glaube ich, ca. 8% im Plus in diesem Monat. Von daher ist es deutlich zurückgekommen. Minus 10,3% ist auf jeden Fall satt. Und ist auch bis jetzt mein größtes Minus. Im März 2019 ging es einmal auch mit 7,8% bei den Aktien runter. Aber jetzt hat natürlich hier auch mein Depot schwer gelitten. Insgesamt auf Jahressicht bin ich jetzt hier minus 9,2%. Bei den ETFs sieht es ein bisschen besser aus noch. Da sieht es minus 7,0%. Aber da war der Januar nicht so gut. Somit habe ich bei den ETFs im Jahresmittel minus 8,5%. Bei den P2P-Krediten, die habe ich ja jetzt gestern erstmal verkauft, um dann das Ganze ins Verrechnungskonto zu schieben, um davon dann Aktien nachzukaufen. Das war ja immer schon mein Plan. Und den wollte ich auf jeden Fall in einer Korrektur umsetzen. Und den habe ich jetzt auch ganz straight umgesetzt. Das war jetzt erstmal das Geld, was ich drin habe, erstmal zu verwenden, bevor ich dann wieder Geld von außen auch irgendwann wieder reinschießen würde. Die Kryptos sind auch etwas zurückgekommen. Aber gut, die sind immer sehr volatil. Ihr seht jetzt hier minus 6,7%. Dennoch bin ich bei den Kryptowährungen in diesem Jahr allein schon plus 31,1%. Perfekt gelaufen, nach wie vor auch das letzte Jahr 48,6%. Volatil wie sonst noch was, aber im Jahresmittel doch sehr positiv gewesen. Auf jeden Fall meine besten Werte. Somit habe ich dann in diesem Monat komplett mein Depot minus 9,5% abgeschlossen. Das war auf jeden Fall ein sehr starkes Minus. Im Januar lief es dagegen sehr gut, 3,7%. Somit bin ich jetzt aktuell bei minus 6,2% in diesem Jahr im Minus. Was eigentlich noch für diese ganze Thematik eigentlich finde ich noch sehr gut ist. Und ich sehe das Ganze auch nach wie vor noch relativ entspannt. Ihr seht es hier gerade übrigens, 24 Cent habe ich noch im P2P. Nicht sehr viel. Das Ganze mal als Diagramm. Da seht ihr das Ganze auch nochmal. Die grüne Linie sind meine Aktien. Und im Endeffekt seht ihr hier, wie einfach alles im Mund abgeraucht ist. Von zwischendurch 47% Performance zurück jetzt im Moment auf 23% Performance. Gut, blöd, aber nach wie vor bin ich noch im Plus. Ganz spannend auch wieder Dividenden und Zinsen. Da habe ich ja in diesem Jahr so ein bisschen mehr den Fokus drauf. Und da habe ich im Januar noch ganz gut die Kurve gekriegt. Und habe hier mir auch noch ein paar Aktien ins Depot gelegt, die auch Dividenden zahlen. Vor allem jetzt für den Mai. Da bin ich eigentlich ganz guter Dinge. Ihr seht hier, die hellblaue Zahl sind 2019 der Balken. Da waren es noch 17,92 Euro an Dividenden und Zinsen. Und in diesem Jahr sind es dann 111,81 Euro geworden. Was auf jeden Fall eine super Steigerung ist. Wobei man fairerweise sagen muss, dass der Großteil davon in diesem Monat auf jeden Fall auf das TUI-Konto geht. Was durchaus ganz nett ist. Da warte ich noch ungefähr 179 TUI-Aktien. Mittlerweile habe ich 300 irgendwas. 340, glaube ich. Und das wird dann mal gucken, wie das sich im nächsten Jahr entwickeln wird. Wenn das mit dem Coronavirus sich vielleicht April, Mai vielleicht auch so ein bisschen entspannt. Und dann ist die Urlaubssaison vielleicht gar nicht so extrem betroffen. Und dann habe ich da vielleicht dann auf Mittelfristige langfristige Sicht vielleicht doch einen guten Pick gemacht. Wir werden sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das weitergeht. Im nächsten Monat muss ich nur 14, 15 Euro schaffen. Das sollte wohl auch ein kleines Problem sein. Also jetzt in diesem Monat. Und ich denke mal, dann werden wir das auch ganz gut hinbekommen. Und dann noch der Blick natürlich in die Anlagenkategorien. Da hat sich ein bisschen was verändert. Ihr seht jetzt hier aktuell kein P2P mehr. Das ist natürlich nur eine kurzfristige Sache. Weil ich wie gesagt mein Tagesgeldkonto plus für meine Aktienkäufe jetzt erstmal wieder aufgelöst habe. Dafür was gedacht. Das ist so mein Sinn, den ich daran sehe. Und das hat hier prima funktioniert. Das Geld war super schnell raus. Bei Bondora war das so am selben Tag da. Und das hat alles prima geklappt. Jetzt aktuell habe ich 84,6% Einzelaktien, 7,87% Kryptos und ETFs sind 8,5% drin. Fühle ich mich eigentlich im Moment ganz wohl mit. Gerne natürlich hätte ich natürlich, wenn es jetzt auch wieder in der nächsten Woche wieder einen Ticke nach oben geht. Ich denke mal, dass wir einen so ein bisschen so ein Bounce auf jeden Fall in der nächsten Woche sehen werden. Ob es dann weiter nach unten geht, danach wird man sehen. Ich befürchte es fast und rechne auf jeden Fall damit und würde dann eventuell auch nochmal in ein, zwei Wochen oder Monaten, je nachdem wie lange sowas dauert, dann vielleicht bei tieferen Kursen nochmal nachsteigen. Aber jetzt erstmal habe ich meinen Trade gemacht, meine drei Trades, die ihr gestern gesehen habt. Und jetzt bin ich erstmal wieder passiv und schaue mir das Ganze erstmal so ein bisschen vom Seitenrand an. Mich würde auf jeden Fall interessieren, wie ihr die aktuelle Lage seht. Denkt ihr, es geht weiter runter oder denkt ihr, wir sehen jetzt einen Bounce und es geht erstmal wieder nach oben? Schreibt mir das nochmal bitte in die Kommentare. Ich würde mich auch sehr darüber freuen und wie ihr im letzten Video auch gesehen habt, ich antworte auf jeden Kommentar und dann können wir hier und da vielleicht so ein bisschen schreiben, diskutieren. Freue ich mich sehr darüber und dann würde ich sagen, wenn dir das Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Like. Hilft mir auf jeden Fall weiter und dann sehen wir uns bei einem der nächsten Videos. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis die Tage. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielen Dank.